Herzlich Willkommen zum vierten Uni-Tag, dem Studien-Informationstag der Technischen Universität Dresden. Mein Name ist Talona und ich studiere Verkehrsingenieurwesen im sechsten Semester. Und mein Name ist Richard. Ich studiere im sechsten Semester Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung technisches Design. Schön, dass ihr dabei seid. Nachdem ihr euch an den vergangenen Samstagen schon über Geistes-, Sozialwissenschaften, Lehramt, Medizin, Mathematik und Naturwissenschaften informieren konntet, schauen wir uns heute an, was man in Studienbereichen Bau und Umwelt sowie Ingenieurwissenschaften studieren kann. Alle Informationen zum heutigen Uni-Tag findet ihr auf unserer Website tu-dresden.de slash Uni-Tag. Dort könnt ihr euch auch über die anderen Studienbereiche informieren. Um ein richtiges Feeling dafür zu bekommen, wie es ist, an der TU Dresden zu studieren, schaut auch mal auf unseren Kanälen bei Facebook, Instagram und Twitter vorbei. Außerdem könnt ihr euch mit unserer mobilen Uni-Tag-App euer eigenes Programm zusammenstellen. Die App findet ihr unter tu-dresden.de slash app minus Uni-Tag. Nun, der Bereich Bau und Umwelt bietet mir den Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen, Umweltwissenschaften, Verkehrswissenschaften Friedrich List und Wirtschaftswissenschaften insgesamt 39 grundständige und weiterführende Studiengänge. Ich selber studiere an der Fakultät für Verkehrswissenschaften Friedrich List. Dies ist der perfekte Ort für alle Eisenbahnliebhaber, welche die sich für nachhaltige Infrastruktur interessieren oder die Logistik an einem Flughafen super spannend finden und in ihrem Studium in einem Flugsimulator des Airbus 320 gerne selber fliegen würden. Abgesehen von den ingenieurtechnischen Studiengängen kann man hier aber auch Verkehrswirtschaft belegen. Bei den Ingenieurwissenschaften gibt es drei Fakultäten, in denen insgesamt knapp 9000 Personen studieren. Damit ist dieser Studienbereich nicht nur der älteste, sondern auch der größte der TU Dresden. Die drei Fakultäten sind Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik und Maschinenwesen. Ich studiere Maschinenbau in der Studienrichtung allgemeiner und konstruktiver Maschinenbau mit der Vertiefung technisches Design. Der Abschluss eines Designers als Diplomingenieur ist in Deutschland sehr selten und wir haben beste Aussichten nach dem Studium zum Beispiel von Agenturen oder von Firmen mit Designabteilungen übernommen zu werden. Insgesamt gibt es im Bereich der Ingenieurwissenschaften die Möglichkeit, in neuen Studiengängen einen Diplomabschluss zu erwerben. Aber natürlich gibt es auch Bachelor- und Masterabschlüsse sowie das Lehramtsfach Informatik. Heute haben wir folgende virtuelle Angebote für euch. Auf unserer Webseite und unserem YouTube-Kanal findet ihr zahlreiche Videos, um die TU Dresden kennenzulernen und zu schauen, wie es sich hier studieren lässt. Da gibt es Vorträge, Mitschnitte von Vorlesungen, Erklärvideos und Einblicke in Forschungsthemen sowie berufliche Perspektiven. In Webinaren und Live-Chats könnt ihr euch über Studiengänge informieren, mit Professoren, Professorinnen, Mitarbeitenden und Studierenden ins Gespräch kommen. Auf unserem Instagram-Kanal TU Dresden finden heute mehrere Live-Fragerunden mit Studierenden aus verschiedenen Studiengängen statt. Ich selber werde beim MQ&A zur Verfügung stehen und beim Format Tafel Frauen dabei sein und erzählen, wie es ist, als Frau in einem männerdominierten Studiengang zu studieren. Wenn euch dieser Unitag gefallen hat und auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge und Anregungen habt, dann gebt uns gern Feedback unter unitag-befragung.de. So, das war's von uns. Wir hoffen, euch mit unseren Angeboten für ein Studium an der TU Dresden zu begeistern und freuen uns, euch im Herbst hier auf dem Campus begrüßen zu können. Viel Spaß bei unserem abschließenden Unitag. Macht euch schlau und macht's gut!